Musik Mein Gesamteindruck ist ein ganz positiver. Ich finde, hier sind so viele tolle Menschen zusammengekommen. Aus 60 Ländern haben wir am Anfang gehört. Und besonders heute Vormittag der Präsident Lula, der hat mich super beeindruckt. Ich denke, es war ein guter Start, den Kurswechsel in Deutschland zu gestalten und auch in Europa zu gestalten. Ich würde mir auch wünschen, dass sich die IG Metall stärker in diesem Thema Europa positioniert. Und ich denke, wir haben hier einen guten Aufschlag gemacht und sind jetzt mal gespannt, was das Jahr 2013 für uns bringen wird. Alle Politiken, wir freuen uns, dass sie da sind. Meine Aufmerksamkeit hier, ich höre all diese Gespräche und Gespräche, hat nur festgestellt, dass etwas in der IG Metall passiert, in der Union Renewal. Es war sehr gut aufgebaut, diese Unterteilung in den verschiedenen Arbeitsgruppen. Ich wäre gerne auch in den anderen gewesen. Man musste dann aussuchen, man hätte die Qual der Wahl. Ich hatte hohe Erwartungen, aber es ist sogar besser geworden. Ich dachte, es war wirklich lustig, diese Demonstration in der Stadt Berlin im Mittwoch des Winteren zu sehen. Dieser Mann hat sich in der Blu-Bereich in einer Metallbewerker-Konferenz. Es war einfach eine sehr schöne Aktivität, um sich auch zu lachen. Das war eine gute Erinnerung. Wir wollen eine Welt mit einer gerechten Verteilung des Wohlstandes. Eine Welt, in der die natürlichen Lebensgrundlagen geschützt sind und eine Welt, in der alle Menschen unabhängig von Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht in Anstand, in Würde und in Frieden leben können.